Moins in Palmarillosen, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Rapsplay. So, wir sind alleine. Ich sehe, die Wikinger werden ein bisschen zurückgedrängt. Dann ist es doch richtig, dass ich die Wikinger ausgewählt habe, weil ich will ja nicht einfach das Leichte hier spielen, sondern wir spielen das Gute. So, wir machen heute ein Duell. Ich bin ein bisschen alleine. Lass mich mal kurz... Wie komme ich nach... Warte, ich nehme mal die Maus. So, lass mal hier reingucken. Das habe ich abgeschlossen. Da kann man auch nichts anderes mehr reinmachen. So, gewinne ein Duell ohne einmal zu sterben. Das können wir ja machen. Okay, dann machen wir das. Gut, so, dann gehen wir mal auf Duell. Spieler vs. Spieler. Spieler, Spieler, Spieler. Da bin ich mal gespannt. Like a flitzer bow. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wer eurer Meinung nach der beste Held für was ist. Also ich möchte auf jeden Fall den Eroberer noch ein bisschen zocken. Gerade jetzt in Duellen ein bisschen üben. Und die will ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Den mag ich nicht so und den will ich auch noch ausprobieren. Für die Japaner bin ich jetzt nicht so. Ich glaube, da gibt es jede Menge Leute, die die spielen. Ich glaube, die Japaner sind so die beliebtesten. Aber die sind mir zu Mainstream. So, wir kämpfen gegen Defarnus, Level 6. Und der Dude ist ein Dude, der mit einem langen Langschwert kämpft. So, ich muss erst mal wieder reinkommen jetzt. So, da kratzt er sich am Sack. Das bringt dir auch nichts, mein Freund. Komm mal her. Ja, und jetzt? What? Was war denn jetzt? Ja, tut mir leid. Aber, ja, okay. Was war denn das für ein Müll? Wusste ich auch nicht, dass man dann stirbt, wenn einer einem auf den Kopf springt. Ich habe das jetzt einfach mal so wie bei Dark Souls ausprobiert. Okay. Äh, wie kann man ausweichen? Ja, komm. In your face. Au. Und von oben. Scheiße. Oh, der ist schnell. Scheiße, jetzt wollte ich sagen, das war mein Fehler. Ich habe einen harten Schlag gemacht. Ich sollte... Ah, der hat ein cooles Schwert, ey. Das sieht schon cool aus. Ich sollte die harten Schläge nur machen, wenn ich sie aufgeladen habe und den Gegner irgendwie zurückgedrängt habe oder sowas. Aber man muss ja stetig sich verbessern. So. Okay. Alter. 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 Wer ist ein Flieger? Jo, da rollt der... Alter, auf den Boden. Erst mal meine Ausdauer wieder sammeln. Okay, ich brauche Ausdauer. Erst mal warten. Oh, fuck. Fuck. Scheiße. Jetzt habe ich... Ich wollte mal weglaufen und probieren, ihn dann mit einem Schildschlag irgendwie zu treffen. Weißt du? Man kann die ja so umrennen und dann mit einem Schild umnocken. Das habe ich jetzt gerade probiert. Okay, das lassen wir aber demnächst. Okay, 2 zu 1 für ihn, oder? Muss es aber in Runde 4 gehen. Mal gucken, ob er wieder runterspringt. Alter. Er ist halt ein bisschen schneller als ich. Alter. Alter. Ah, jetzt klappt er mich um. Okay, also das Problem, was ich habe, ist, dass der sehr schnell zuschlagen kann und ich kann gar nicht so schnell wechseln. Jetzt hat er das Ding gewonnen. Okay. So. Ja, war ein gutes Match. Vor allem Anfang war lustig. Wir probieren aber weiter. Wir üben weiter. Wenn ihr Tipps habt, ab in die Kommentare. Guck mal, da haben wir was bekommen. So, was ist denn das? Verteidigung mehr. Ich hätte ja gern mehr Angriff, aber das macht so viel mehr Verteidigung. Also legen wir den einfach mal an. Ich bin bereit. Ich mache mal hier mein Kriegszeugs. Überall plus 240 nur. Okay, weil das Duelle sind. Wir greifen einfach mal hier unten an. Hier machen wir, oder? So. Stellen wir uns da hin. Wir greifen da an. Andere Fronten an. Okay. Machen wir hier. Ready. Und dann machen wir bereit. Okay. Ich bin bereit. Ich bin in Form. Kartenwahl. Ich bin irgendwie alleine. Muss ich jetzt abwarten so lang, oder was? Kartenwahl. Befehle. Was sind Befehle? Achso, das sind meine Skills. Äh, meine. Wie auch immer die heißen. Befehle halt. Müssen wir jetzt echt so lang warten? Bis da einer kommt? Oder soll ich Mission abbrechen? Schnelles Spiel. Ich mach einfach mal schnelles Spiel. Ne, das ist Herrschaft. Das ist Herrschaft. Ich will schon Duelle machen. Okay. So geht's schneller. Spielersuche wurde abgebrochen. Äh, bevorzugter Modus. Sprara. Pipapo. Seatroy. Seatroy 23. Gegen den kämpfen wir jetzt. So, wir üben weiter. Wir üben weiter, Pamarillus. Übrigens, ähm, nicht wundern, wenn manchmal ein Cut drin war in ein paar Folgen. Weil, ich darf diese, diese Videos nicht mehr zeigen. Ähm, diese Trainingsvideos, die man sich angucken kann. Wie man Kombos macht und wie man den spielt und so. Das darf ich im Let's Play nicht zeigen, sonst wird das Video weltweit auf YouTube gesperrt. Warum auch immer. So, Razorblade. 2, 3, 8, 5. Er sieht auch Razorblade mäßig aus, weil das ist ein fetter Berserker. Und ich hasse es, gegen Berserker zu kämpfen. So. Dann gucken wir mal. So. So, laden wir mal unser Dings auf. Hat der abbekommen? Ah, ich hätte jetzt von der Seite schlagen müssen. Okay, aufladen. Okay. Alter. Yo. Nein. Oh, von oben. Und von der Seite. Von links. Geht nicht. Rechts blocken. Alter. Und von oben. Scheiße, der macht mich. Ah, warum hat denn der das Ding da ready gehabt, ey. Ich weiß auch gar nicht, wie man das auffüllt, ehrlich gesagt. Runde 1 haben wir schon mal verloren. Ich weiß gar nicht, wie man das auffüllen kann, dass man das benutzen kann auf Y. Ich glaube, da gibt es aber auch Items, die das beschleunigen, dass man das benutzen kann. Okay. Okay, Bro, komm her. Und von oben drauf. So, Schild. Und von links. Oh, der hat gesessen. Okay, das bringt nichts. Oh, der hat auch gesessen. So, und drauf. Yo. Er konnte blocken. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich muss erst mal warten. So. Nein, ich wusste, dass er das macht. Ja. Boah, das war eine richtig heftige, schwere Runde, ey. Boah, Alter. Erst mal den Typ teabacken. Alter. Okay, nochmal. Ich bin ready. Vielleicht springt der direkt wieder runter. Mal gucken. So, direkt drauf. Ah. Ich habe ein Schild geschlagen. Und links. Ah, der macht schon ein bisschen mehr Schaden als ich. Ich habe wenig Ausdauer. Erst mal Ausdauer wieder regen lassen. Fuck. Und? Bringt mir nichts. Ah. Alter. Blockt. Und links. Was? Ich habe links gedrückt. Ich schwöre, ich habe links gedrückt. Das hat mich meinen Kopf gekostet. Okay. 2 zu 1 für ihn. Ich fände es besser, wenn sich oben die Zahl direkt am Ende der Runde auch verändern würde. Weil das ist noch der Stand. Weil wir waren jetzt in Runde 3 und es steht noch 1 zu 1. Und der hat gewonnen. Dann müsste sich die Zahl direkt schon verändern. Weil das ist ein bisschen verwirrend, dass die Zahl da noch so steht. Aber gut, vielleicht machen die das ja noch irgendwann. So, jetzt muss ich auf jeden Fall gewinnen. Beide muss ich gewinnen. So, dann komm. So, da kannst du dich hinstellen, wie du willst. Aber erstmal blocken. Alter. Und? Alter. Der ist so schnell, der Typ. Oh, fuck. Was? Okay, das macht er. Fuck. Muss ausweichen. Okay. Wow. Junge. Wow, das war ein Schlag und er war direkt tot. Habt ihr das gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat? Ich glaube, das ist eine gute Taktik. Ich glaube, so muss man den spielen. Lieber einen fetten Schlag, der richtig reinhaut. Als diese ganzen kleinen. Also ich glaube, mit so kleinen Schlägen, da muss man eher so einen kleinen Flinken spielen. So wie den Berserker oder die Friedenshüterin. Oder diese Samurai mit diesem Stock. Ja. Seht ihr, wie das, wie das reinzwiebelt? In der Face. Jetzt habe ich aber keine Ausdauer mehr. Jetzt muss ich erstmal wieder blocken. Hier hoch. Okay. So, dann haben wir ihn. Fuck. Blocken. Hat er gemacht? Nein. Nein. Und von oben drauf? Fuck. Okay. Aufladen. Jawohl, Alter. Sehr geil. Wow, wir haben es noch gedreht. Mann, ist das spannend, Leute. Also nicht wundern, wenn ich mal kurze Zeit lang nichts rede, wenn das so richtig spannend wird. Aber wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt. Heftig. Fünf Sterne auf jeden Fall. Richtig geiles Match gewesen. Boah. Keine Beute bekommen. Schade. So, Match ist beendet. Ähm. Ja, gehen wir mal wieder Mission abbrechen. Und machen mal weiter Duell. Wir machen die Quests. Immer schön die Quests machen. Dann sind wir auf jeden Fall am Start. Was so die Abwechslung auch so ein bisschen angeht. Dann können wir in der einen Folge mal Duelle machen. Dann können wir in der anderen Folge, was weiß ich, was Quest Nummer zwei gesagt machen. Und immer so weiter. Gut. Jo. So, wir haben auch 555 Stahl. Ich würde mir ja noch den zweiten Wikinger kaufen. Der auch ein Schild hat. Der scheint auch ganz cool zu sein. Oder ich werde den hier ein bisschen weiter ausbauen. Das Ding ist ja, man kann sich ja nicht wirklich viel verbessern, indem man Sachen ausbaut. Man kann zwar die Waffen verbessern, aber... Ich habe eher nicht so Bock. Ich will eigentlich erstmal alle Helden rekrutieren. Sage ich jetzt mal so. Alter. Das war saunice. Uh. Schnelle Tussi. Was sagst du denn dazu, hä? Okay, ich muss erstmal Ausdauer sparen. Erstmal Ausdauer sparen. Darth Vapor. Oh, fuck. Oh, da hat sie mich erwischt. Jo. Okay, Ausdauer, Ausdauer. Und aufladen. Jo. Das war's mit dir, du Bitch. Da hast du mal, äh... Ein bisschen zu forsch warst du da. Da warst du ein bisschen zu forsch. Ich rolle mal ein bisschen über die drüber. So. Okay. So, da hinten stehe ich. Sie steht. Wo steht sie? Da steht sie. Geht sie runter? So, und direkt mal drauf. Nicht zu... Nicht zu forsch sein. Okay. Und. Oben. Rechts. Aufhauen. Jawoll. Easy. Ich liebe das, die zu teabaggen am Ende. Hat die Sitzung verlassen. Damit haben wir wohl gewonnen. Hurra. Ja, der gibt... Da gibt der direkt auf. Wurde durch einen Bot ersetzt. Ah, okay. Gut. Dann machen wir den Bot platt. Wir kommen von oben drauf. Der kommt von oben. Oben. So, Bitch. Jo. So, oben. Flieger. Noch einen von oben. Okay. Mal Ausdauer abwarten. Jo. Jo. Alter, kann die sich heilen? Hat die gerade Leben dazu bekommen? Ich weiß es nicht. Aber wir haben gewonnen. Ich will hier runter. Ich will hier runter. Guck mal, der Taumel, der Taumel, der. Richtig cooler Typ. Ich hätte noch einen geileren Helm gerne. Es war ganz lustig mit diesem Bauarbeiterhelm, aber... Ähm... Es wäre ja noch schöner, wenn wir einen coolen Helm hätten. Ah, guck mal, da kriegen wir einen neuen Helm. Aber das ist auch wieder so ein Bauarbeiterhelm. Erfüllte Befehle. Du erreichst Level 7. Getrocknetes Blut haben wir freigeschaltet. Ist ja eigentlich auch eine ganz coole Sache. Wer mag es nicht? Wir gehen mal auf weiter, weiter. So, Belohnungen. Der macht Debuff-Widerstand. Ein bisschen weniger Erschöpfungsregeneration, aber ein bisschen schneller. Das finde ich eigentlich ganz geil, weil Debuffs kriege ich nicht so ab. Und der Helm sieht auch noch ein bisschen cooler aus als der andere. So, dann haben wir... Bin bereit. Kann ich jetzt irgendwie auf meinen Dritter zugreifen? Nee. Wir brechen das mal ab. Gehen mal ins Menü. Und schauen dann dort mal rein. Ah, jetzt hängt es wieder eine Weile. Es ist irgendwie... Entweder ein Server-Lag oder sowas. Ich hatte es in der ersten Folge schon. Also Folge 11 war das. Da hing ich dann auch irgendwie im Menü fest und konnte nichts machen und nichts drücken. Leider, leider. So. Müssen wir einen kurzen Moment warten. Aber ich finde, der Held ist eigentlich ganz geil. Weil er einfach so stark ist, wenn man diesen Schlag auflädt. Das ist halt schon ziemlich cool. Jetzt haben wir hier noch so einen fiesen, bösen Helm. Lass mal gucken. So. Helm, den haben wir ausgerüstet. Das war der alte. Den können wir einfach mal zerlegen. So. Dann, was haben wir noch bekommen? Sonst nichts Besonderes. Wir haben hier noch das Lamorak-Schild. Angriff im Rache-Zustand. Rache plus durch Verletzung. Wir zerlegen das einfach mal. Ich weiß gar nicht, was das heißt, aber... So. Dann gehen wir mal zurück. Waffe, Arme, Fähigkeiten. Gaben, Gesten. Was haben wir? Gesten auf dem Boden. Hinschmettern. Oh ja, das wäre Zugwiesen. Lass mal gucken. Y. Wenn ich das hier mal auf... Und das hier auf das da mache. Allverloren. 3000 Stahl. An die Kette. Rundum. Ja, du. Irgendwie immer dasselbe fast. Okay. Sonst haben wir hier nichts. Dann gucken wir hier hinten mal. So viel weiß eigentlich. Ich wäre gerne noch ein bisschen mehr rot. Das sieht eigentlich schon auch schon ganz cool aus. Nehmen wir mal das hier mit. Wir haben auch neue Farben bekommen. Hm. Das hier ist ein dunkleres Rot. Das gefällt mir irgendwie besser. Aschfall. Aschfaller Naht. Oh, das ist noch ein dunkleres Rot. Geil. Dann können wir das hierfür auch benutzen. Und für den Verteidiger haben wir jetzt nicht so viel. Da lassen wir doch... Ne, dann machen wir das hier rein. Das sieht cooler aus. Ein bisschen dunkler. Passt auch ein bisschen besser zu dem Gold, finde ich. Ja, lassen wir das mal. Gravur. Symbol. Wir können da noch ein Symbol noch drauf machen. Dieser Adler wäre ganz cool. Den Adler auf die Schulter. Und dann machen wir hier noch... Sonne oder Symbol. Ich hätte gerne so einen Bär oder so. Wir machen auch den Adler. Wir sind Doppeladler. Beste. Oder? So, was haben wir hier? Auch ganz cool. Machen wir das rein? So, dann sehen wir noch ein bisschen cooler aus. Arme. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Was ist denn jetzt, wenn ich auf die Waffe gehe? Und den Kopf hier drauf gehe? Guck mal, dann würden wir aufrüsten. Angriff würden wir verlieren. Verteidigung würden wir gewinnen. Wenn wir den Griff aufrüsten, bekommen wir Reduktion Gabenabklingzeit. Okay. Nichts Besonderes. Wenn wir das hier aufrüsten, bekommen wir Rache plus durch Verletzung. Okay, alles klar. Gut. Ähm. Ja, ich würde sagen, wir machen heute ein bisschen längere Folge einfach. Einfach mal, weil wir es können. Wir machen noch ein paar Duelle. Und machen mal die Quest fertig. So, Aschfeld. Das ist der Holbert. So, wir spielen mit dem Ritter hier weiter. Sieht schon böse aus, der Kerl, oder? Ist schon ein bedrohlicher Typ. Okay, boy. Show me what you got. Holbert. Ah, das ist wieder so ein Friedenskämpfer, ey. Die spielen zu viel Assassin's Creed, die Bitches. Wenn deine Racheanzeige voll ist, kannst du mit Y den Rache-Modus aktivieren. Ja, das habe ich schon festgestellt. Oh, guck mal, in einem Rundsaal. Spielzustand wird wieder hergestellt. Match wird vorgesetzt. Bitte warten. Okay. Dann schauen wir mal. Verbindung wurde unterbrochen. Du gehst zum Hauptmenü zurück. Ah ja, okay. Warum nicht? Warte mal, ich gehe mal auf Social. Gruppe. Was haben wir hier? Wo kann man dann seine Ruhelpunkt zahlen? Gesamt KTA. Ah, also Kill, Tode, Assists oder was? Matchgeschichte, PvP. Fraktion, Emblem-Editor. Was war das? Option, Shop. Gold Edition. Vielleicht werde ich mir die gönnen. Anpassen, Helden. Ah, da kann man die Helden machen. Und hier sind wir auf Spielen. Social. Ich gehe mal auf Social. Aber wo sehe ich denn jetzt hier? Freundschaftsanfragen. Ich sehe keine Freundschaftsanfragen. Wie man spielt. Training. Fortgeschrittenes Training. Freier Modus. Duell-Bot-Training. Videos. Spiel-Modus-Videos. Ja, die muss ich mir dann so mal angucken. Wie gesagt, ich darf die nicht zeigen. Gut. Dann geht es weiter mit den Duellen. Probieren wir nochmal unser Glück. Spieler suchen nicht bereit. Äh. Spieler suchen nicht bereit. Jetzt kann ich sogar... Jetzt kann ich wieder... Okay, probieren wir mal Handgemenge. Spieler suchen nicht bereit. Gut, dann hat sich das für heute erledigt, würde ich mal sagen. Dann haben die jetzt bestimmt Wartungsarbeiten. Ähm. Dann bedanke ich mich dann halt fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, dann klappt es wieder. Und lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Also bis dahin. Stay BAM. Tschüss. Anzug. Bitte markiere meine Feinde. Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit dir nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinde in den Arsch. Tritt dir, schick den Kommentar. Denn das Zeit und das spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro... Okay. Okay. Vielen Dank.